Die Lobby für Mädchen hat ihre Standorte in Köln, in Ehrenfeld, in Mülheim und in der Innenstadt. Wir bleiben am Ball, damit die Anliegen von Mädchen und jungen Frauen nicht nur am UN-Weltmädchentag, sondern jeden Tag ganz selbstverständlich in den Blick genommen werden. Damit Mädchen und junge Frauen Orte haben, sich zu entwickeln. Damit die Anliegen von Mädchen und jungen Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Damit Mädchen und junge Frauen ihre Ressourcen entdecken und nutzen können. Damit Mädchen und junge Frauen die Möglichkeit haben, teilzuhaben und mitbestimmen können. Wir bleiben am Ball, damit sich Mädchen und junge Frauen eine eigene Meinung bilden können. Damit Mädchen und junge Frauen Hilfe finden und sich stabilisieren können. Damit Mädchen und junge Frauen ihre Zukunft selbstbestimmt planen und gestalten können. Damit Mädchen und junge Frauen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, hier Orientierung und Anschluss finden. Damit die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit von Mädchen und jungen Frauen selbstverständlich wird. Wir bleiben am Ball, damit Mädchen und junge Frauen die Chance haben, ihre ganz persönlichen Stärken zu entwickeln. Damit Mädchen und junge Frauen über ihre Diskriminierungserfahrungen sprechen können. Damit Mädchen und junge Frauen Spaß haben und Neues entdecken können. Damit Mädchen und junge Frauen körperlich und seelisch unversehrt leben können, jetzt und in Zukunft. Damit Mädchen und junge Frauen vor jeder Art von Gewalt und sexualisierter Gewalt geschützt werden. Wir bleiben am Ball, damit Mädchen und junge Frauen mit Behinderung Unterstützung erfahren. Damit Mädchen und junge Frauen ihre Rechte kennenlernen und Unterstützungsangebote wahrnehmen können. Damit Mädchen und junge Frauen ernst genommen und ihre Fragen beantwortet werden. Damit viele Menschen erfahren, was im Leben von Mädchen und jungen Frauen heute wichtig ist. Wir im Vorstand der Lobby für Mädchen bleiben am Ball, damit echte Gleichberechtigung Wirklichkeit wird. Besuchen Sie uns im Netz oder an einem unserer Standorte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.